Heyo Leute, da sind wir wieder bei Trine1 und mit mir dabei ist die liebe Vanessa. Hallöchen. Und in der letzten Folge haben wir Derbe verkackt. Warte kurz, warte. Ich warte kurz. Da oben ist noch was. Echt? Ja, da oben ist ne Dingens. Warte. Ähm, warte, warte, warte. Warte mal, ich schieße einfach mal zu dem Seil. Nee, ich glaube, ich muss den Ritter nehmen und dagegen hauen. Oh, perfekt, guck mal, wie gut ich bin. Jetzt ist es für dich auch viel einfacher. Wenn ich die letzte Folge wirklich sehr verkackt hab, ne, das hat jetzt alles wieder raus. Oh, scheiße. Nein. Alles wieder rausgerettet. Einfach nein. So. Ich komm auch, ich bin da. Okay. Sehr schön. Nein, das war dumm. Warte. So, erst die Kiste stellen. Also, wenn es geht, würde ich nie wechseln. Also, dann kannst du immer wechseln, weißt du so? Stopp, runter. Okay. So, soll ich den Ritter an, ne, du benimmst? Springst du zuerst runter? Äh, ich versuch's. Wollen wir gleich runter, oder? Warte. Ja, ganz runter, weil ich schmeiß die Kisten hier runter. Okay, ich bin ganz unten. Ich hab die Skilette kaputt. Gut, okay. Dann kann ich auch. Da ist ein Liebestrank. Okay. Willst du ihn holen? Ja. Da wäre auch unser Checkpoint gewesen. Aua, ich krieg voll die Kisten auf. Ist nicht schlimm, die machen den Schaden. Großen Gesundheitstrang. Wir sind jetzt wieder voll mit denen. Ach, die Dinger sind auch Checkpoints? Ja, genau. Voll, und wir haben den Pass verpasst. Oh, danke. Oh, du hast mein Leben gerettet gerade. Ja. So bin ich. Du kannst dich da oben festhangen. Nö. Ach, habe ich vergessen, ja. Oh, ich vergesse mal, was die kann. Kommst du bitte? Ja, ich muss gucken, dass ich nicht denselben Dummfehler mache wie du. Ich bin nie dumm. Guck mal, ich kann mich dazwischenklemmen, dann geht das nicht weiter, guck. Ich bin nie dumm. Ja, kann man machen. Geht weg, geht weg, geht weg. Gibt es auch so Endbosse hier? Ja. Sind die schwer? Äh, teilweise. Echt, also so auch verzwickt, dass du bestimmte Dinge machen musst, damit die sterben, oder? Ja, nee, so schlimm ist es nicht. Also man findet schon raus, was denen ihre Schwäche ist, wie man sie wegklatschen kann. Toll, ich glitsch hier voll rum, Alter. Kann ich dir helfen? Ich glitsch immer noch rum. Ich stecke irgendwie zwischen den ganzen Holzlatten und so fest. Was hast du im Kopf? Nichts, ich... Nichts! Du kannst hier unten durch. Bescheid. Ah, cool, danke. Bitteschön. Dankeschön, sehr nett von dir. Oh Gott. Oder meinst du jetzt, ich hätte gelacht wegen Holzlatten? Ja. Okay, ich bin pubertär. Ich lache aber auch noch. Bei sowas. Ja, aber du bist ein Mädchen. Manchmal darf man ja Kind sein. Du kannst nicht an das Rad da festhangeln. Und dann mal gucken, was da oben abgeht. Und ich gucke mich hier unten um. Okay. Was für ein Team wir sind, oder? Ja. Das Beste der Besten. Hier komme ich ohne dich nicht weiter. Nein, komm, Kreis, da. Plopp. Okay. Nein. Warum geht's jetzt... Hallo? Ah. Nein, hallo. Warte mal. Du bist... ...irgendwie... ...zu leicht. Ja, warte. Stell... Warte. Geh du mal. Ja. Geh du rauf. Spring rüber. Okay. Bin drüben. Warte. Festhangeln kannst du dich nicht. Ich muss einfach rennen. Okay. Da, da, guck mal. Ich war jetzt auch voll hilfreich. Ja. Voll gut. Wie kann ich mich denn da nicht festhalten? Hui. Toll, da will ich dich oben hoch. Nein. Was machst du denn da? Ich wollte da hoch. Schau mal nach oben. Dass ich nach links oben kann. Ja, aber man... Nein, nein. Ach, Mensch. Da ist noch was. Warte. Was denn? Wie hüpft. Ah nein, wir müssen sogar in die andere Richtung. Ja, aber ich dachte, da wäre links oben direkt was. Ja, links oben ist der richtige Weg. Echt? Ja. Tschüss. Lass mich nicht hier unten bestehen. Ach, du kannst es ja nicht mehr bewegen, wenn ich... Ne. Aber ich könnte... Warte, versuchen... Warte. Irgendwie haben wir uns hier festgestrickt, ey. Geh mal weg. Alter. Arsch. Ne, geh mal auf die andere Seite. Weil, guck mal, jetzt kommt der nämlich nicht mehr zu hoch. Blabliblub. Du weißt, was ich sagen will? Ja. Ne, jetzt geh mal hier auf die Seite da. Auf die rechte hier? Genau. Jetzt kannst du mich nicht mehr runterrutschen und du bist zu früh gesprungen. Genau. Sehr schön. Wuhu. Wir haben es geschafft. Warte kurz. Ich brauche mal ein bisschen länger hier überall. Kein Problem. Oh, die machen auch kein Schaden, ne? Bin gleich tot. Ne, doch nicht. Für so ein Letztes dran gekriegt. Sehr schön. Äh. Ähm. Stell dich mal darauf, genau. Und dann drehst du das als Magier, ne? Richtig. Ich glaube nach, whoops, nach rechts, das ist ein Bonus und links ist denn der richtige Weg. Denn sei du jetzt mal der Ritter? Ja. Bin ich. Und dann stell du dich da mal rauf? Habe ich. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Danke. Okay. Ich sehe gar nicht dich da unten. Deswegen ist das Problem. Boah, voll ist zu. Wo ist denn der richtige Weg? Ich gehe mal kurz in die andere Seite. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Hier kommt ein Gegner. Okay. Nein. Und der ist runtergefallen. Ah. Scheiße, scheiße, scheiße. Helf mir bitte. Ich bin unten. Ich muss erst wieder hochkommen. Levelaufstieg. Sehr gut. Okay, hier war der Bonus. Oh. Oh, warte, ich habe auf dem Levelaufstieg gedrückt. Ja. Die war seine guten Bogenschutz und kann Gegner steil aus der Ferne töten. Bogenschieß zwei Pfeiler. Okay. Hast du jetzt auch meine Leistungsverbesserung oder ist es für jeden Einzelnen? Ist es für jeden Einzelnen. Okay. Aber dafür, dass du denn halt die Bogenschütze nimmst, nimm ich einfach den Zauberer und kann jetzt zwei Kisten zaubern. Wow. Quasi kommen wir da nicht höher. Zwei Kisten gleich? Genau, zwei Kisten gleichzeitig. Darum ist noch ein Mana-Trank, falls du den haben wolltest. Ja, ich wollte die anderen haben, den grünen. Oh, guck mal, in der Luft habe ich ihn aufgenommen. Den wollte ich hier nennen. Schade. Aua. Ey. Arsch. Du tust mir voll weh. Hör auf jetzt, ey. Alter, der springt halt einfach rüber. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Dass der so rüber gesprungen ist? Aha. Der ist eine Kiste. Kannst du öffnen. Mit E, glaube ich. Ja. Ring der Zaubersprüche. Ich glaube, den haben wir jetzt beide. Ja, ich glaube auch, wenn wir beide das bekommen haben. Äh, nein. Nein, ich glaube nicht. Wo können wir den denn sehen? Drücken wir auf X. Guck mal jetzt, ob der bei meinem Zauberer hängt. Bei mir hängt der bei der Dingens. Okay, dann haben wir zwei davon. Das ist sehr schön. Hört die maximale Mana. Ach, du kannst das auch tauschen? Oder nee, womit du den gefunden hast? Nee, du kannst den Ring jetzt auf jeden Charakter packen. Ah, okay. Wie du es möchtest. Aber wieso braucht denn einen Ritter Mana? Ja, der Ritter braucht den Mana nicht. Ja, aber der hat ja auch Mana. Eine Mana-Leiste. Ja, kommt später. Okay. Dann mit zusätzlichen Fähigkeiten. So, wir wollen... Hier, wir müssen... Willst du hin? Ich weiß nicht. Das war für die Brücke. Achso, stimmt. Ja. Hui. Und weiter. Yeah. Dann kommen wir in der Heimstunde nach. Ja, ich versuche hier die Welt zu retten. Ja, und du spielst hier so rum. Ey, das geht gar nicht. Dann muss ja auch sein... Ah, Spaß haben. Aber nicht meine Welt retten. Aber ich bin ein Magier. Oh, es ist hübsch. Dankeschön. Nicht du. Das Spiel. Was vor unseren Helden lag, war unbekannt. Sie hatten seit langer Zeit keine Menschenseele gesehen. Die Untoten hatten alles verwandelt. Sie waren vom Bösen umgeben. Aber unsere Helden mussten vorankommen. Sie waren auf der Suche nach dem Grab. Der Zauberer war sich sicher, dass es zu dem Gründer der Astralakademie gehörte, der einer der drei Hüter war. Wenn sie sein Grab finden könnten, würden sie vielleicht einen Zauberspruch finden, der sie von dem Tryon befreien könnte. Meine Frage. Ja. Was suchen die jetzt genau? Ich hatte das bis jetzt noch nicht richtig verstanden. Die müssen jetzt... Die müssen zu einem Grab? Genau. Weil sie die Toten aufhalten, also diese Monster aufhalten, weil die Skelette und so. Genau. Und dafür müssen sie halt den König der Toten wegklatschen. Ah, alles klar. Und das können halt bloß die drei mit ihren vereinten Fähigkeiten. Alles klar. Wir sind hier die... Kommst du mal ins Spiel? Ja, ich hab extra gewartet. Mein Schwert soll uns auf dem Weg anführen. Folgt mir! Oh, hast du das gesehen? Das war sehr gut. Muss ich ja selber von mir dann behaupten. Oh, ein bisschen darüber. Nur ein bisschen. Ein bisschen? Ah, da sind Stacheln, genau. Ich hab's sogar diesmal gesehen. So. Ich spieße jetzt einfach auf und jetzt gehen wir von rum dahin. Das backt total rum, du holst dir voll die Bugs aus dem Spiel. Was mach ich denn? Ja, sowas. Oh, nein. Nein, das ist kein Park, das darf man. Ja, weil so wie das da rumglitscht. Wieso glitscht das rum? Das sind Stacheln, da kann man was aufspießen. Das mach ich. Ja, bei mir glitscht das voll rum, bei mir bewegt sich das die ganze Zeit. Jetzt guck ich mir dann bei dir an. Ja, okay, jetzt werden wir gerade auch neu positioniert. Bei der Quatsch, ich bin da nicht rübergekommen. Guck mal, das ist der Vorteil davon, dass ich zwei davon machen kann. Dankeschön. Bitteschön. Bäm. Warte kurz. Toll. Warte. Habe ich getroffen? Ja. Ist kaputt. Ohne hinzugucken. Komm. Toll. Ich bin so hoch gesprungen. Ja, du hast meinen reflektierten Feuerball abbekommen. Ich bin fast tot schon wieder. Oh nein, ich bin durch die Hacken gesprungen. Oh nein, das soll warten. Warte, komm, schnell mit. Komm. Tschüss. Nein, wieso fällst du wieder hoch? Weil ich es kann. Hättest du mich hier alleine... Das war cool, wie du es... Ah. Ja, ich weiß. War aber auch mehr Glück als alles andere. Guck mal, du hast Lebenspunkt gekriegt. Lebenspunkt. Kannst du die Dings runterholen? Die Treppe da? Hm, sofort. Er ist so. Plupp. Du müsstest aber trotzdem nochmal hoch, weil hier so viele Balken da umsehen. Ja, ich wollte ja auch hoch. Was tust du? Oh, jetzt habe ich mich... Ich weiß es nicht. Guck mal, ganz einfach. Links, rechts, links, rechts. Ja, du bist der Pro... Falsche Richtung. Das ist nicht witzig. Oh Mann. Nein. So weit, so gut. Weißt du, eigentlich ist das Spiel bestimmt so in fünf Stunden durchgespielt, das ist mal ganz blöd gesagt, ne? Wir brauchen 18. Wieso springe ich denn, ich mach das nicht mit 80 in die falsche Richtung zu stehen. Ja, warum ver... Du suchst es nicht einfach mal in die andere Richtung zu springen, weil da sind zwei Balken, da ist die Chance größer. Ich habe es jetzt gemacht, aber jetzt... Hier so da, wo es bei mir leuchtet, da hin zu springen. Guck mal, weil ich jetzt die ganze Zeit immer nach links gesprungen bin, dann... Ja, jetzt springe ich nach... Oh! Ach, warte, ich mach was. Oh, da ist ein Spillett oben am... Ich bin nicht ihm. Ja, die Spinnen sind widerlich, die schießen Sachen auf dich. Hier ist eine Kiste, ich öffne sie mal. Okay. Amulett des Mana-Gewinns. Manga... Manga... Mana-Gewinns. Manga-Gewinns. Hier, dein Manga. Oh, nein, das kann doch nicht wahr sein. Dieses... Oh! Oh, Mann! Ey, das ist nicht witzig. Okay, hättest dich jetzt nicht wiederbelebt, wärst du hier wieder gekommen. Voll! Guck mal, wie ich da hänge. Siehst du, hast du gesehen? Ja. Warte, 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 warte. So. Sehr gut, danke. Bitte schön. Da ist unser erster Gegner. Den musst du zum Glück einfach muss kaputt machen. Sein Gesicht... Was? Sein Gesicht ist anfällig. Wie soll ich in sein Gesicht treffen? Oh. Du machst das schon. Ins Gesicht. Bam. Yeah, ich hab ihn umgebracht, nicht du. Nein, ich hab dich davor geschützt zu sterben. Ja, ich weiß. Ich weiß. Stärke der Titan. Ritter geboren. Aua. So. Den... Ähm... Stärke der Titan. Ach, warte. Ich glaube... Guck mal hier. Guck mal hier, guck mal hier. Ne, doch nicht. Was denn? Maus und Tastatur, nimm ein Objekt auf. Ich war der Meinung, dass man mit dem Ritter irgendwie noch was machen könnte. Halt Stärke der Titan. Nimm ein Objekt auf, hab ich jetzt auch. Aber was für... Genau, wäre nett, wenn sie uns irgendwie was anzeigen würden. Guck mal, wenn ich dir hier eine Kiste hinpacke. Rechte Maustaste und F. Und F. Ach, guck mal. Und dann kannst du... Dreh dich mal, dann kannst du nämlich... Genau. Rechte Maustaste und F musst du drücken. Sehr schön. Willst du mal eben ausprobieren? Probier mal eben aus. Warte. Na, hör doch mal auf. Ah, warum geht das nicht? Okay. Ich bin die. Na, das geht aber nicht. Du kannst es ja nicht ranhängen. Ja, richtig. Dafür ist halt Dr. Ritter da. Pass auf. Oh, 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 oh. Nein, komm her. Entschuldigung. Puff. Nee. Ah. Ah. Was soll jetzt erstmal halb schon? Was soll jetzt hier mal zur falschen Seite irgendwie abspringen oder so? Ja. Hey, wie klappt da was nicht bei dir? Aber ich warte gerne auf dich. Hey, mach du mal. Okay. Das kann nicht wahr sein. Das kann jetzt einfach nicht wahr sein. Warum denn? Komm, wie du da hängst, ey. So, mein, du es jetzt nicht beim ersten Mal sch... Ja, okay. Alles klar. Gib mir die... Mal... Die... Die Schurken wieder. Cool. Oh man, das ist so traurig. Das ist wirklich traurig, ne? Wie schlecht ich eigentlich in diesem Spiel bin. Nein, du musst es schon erstmal leeren. Quasi hast du noch ne kleine Frist. Wieso ist denn der da oben jetzt? Weiß nicht. Das ist schön, dass ich noch ne Frist habe. Ich mag. Komme ich da jetzt nach oben? Achso. Super, danke. Bitteschön. Kommst, schaffst du das auch, oder? Na klar. Ähm... Du hast keine Ahnung, ob da oben noch irgendwas war, oder? Ne, da war nichts mehr oben. Na gut. Bin da, glaube ich so... Ja, ich bin da noch so lang gegangen. Da war, glaube ich, nichts mehr oben. Oh, scheiße. Ach, beweg dich. Kiste. Komm. Sei mein Freund, beweg dich. Nein! Oh! Ja, ich bin schon. Das Schöne ist, ich sehe bloß... ein Pfeil von dir. Guck mal. Echt? Da brauchst du einen netten Zauberer, der dir hilft. Ja, ich weiß. Na, komm, dreh dich. Nein, dreh dich in die Richtung. Aber das ist mein Problem. Ich fall da immer rein. Willst du das grüne Ding holen, bitte? Ich versuch's. Ich fall da immer rein. Ich bin mir gerade am überlegen, wie ich's mache. Ich bin gleich schon wieder drin. Ist mir egal, ich hole das jetzt nicht. Scheiße. Oh, du bist ein echter Teamplayer. Ja, klar. Oh nein. Oh, da war eine Flamme. Das ist ja... Okay, bitte. Hast du bekommen? Hast du bekommen? Ja. Oh. Natürlich. Du musst das jetzt machen. Aber ich hab nur noch den Zauberer. Oh, Scheiße. Nein. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. Was? Ich bin tot. Oh nein. Ich würd sagen... Guck mal, diese Checkpoints kommen immer zur richtigen Zeit. Merkste? Ja. Man könnte auch sagen, wir machen das absichtlich. Genau, wir machen das immer absichtlich, damit wir so ein Endscreen so spielen. Genau, ein schönes Schlussbild. Genau, richtig. Oh, ich find das Spiel so schwer. Ach, Quatsch. Das wird schon. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bedanke ich mich dafür, dass du mitgemacht hast. Und... Ja, klar, weil es jetzt schon vorbei ist. Die Folge ist vorbei. Okay. Bist du mir in der Folge bei? Vielleicht ist er dann nächstes schon wieder anders. Ja. Ja, ich hoffe. Wir verstreiten uns vielleicht oder so. Von... Daher... Alles klar. Auf Wiedersehen. Äh, noch ein... Ja, wie spät ist es für uns? Noch einen schönen Abend wünsch ich euch. Wenn's abends ist, wenn's ihr das Video abends guckt. Und... Ja, gut. Tschüss. Sonsten schönen Morgen. Tschüss. Ja. Tschüss.